Herzlich willkommen zu diesem DigiTalk, der diesmal wieder in den EB MOOC 2023 integriert ist, also in unseren aktuellen Massive Open Online-Kurs für die Erwachsenenbildung. Der EB MOOC 2023 und auch die DigiTalks im Rahmen von Erwachsenenbildung.at sind gefördert vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Ja, ich bin Martina Linsberger von Conedo und ich bin heute gemeinsam mit Birgit Aschemann für die Moderation zuständig. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an meinen Kollegen Gunther Schüßler, der uns heute im Support unterstützt. Ja, und an dieser Stelle, Sie haben es eh schon gehört, der Talk wird aufgezeichnet und veröffentlicht. Genau. Und mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie dieser Veröffentlichung auch zu. Wenn Sie sich in EWNO zu diesem Webinar angemeldet haben, erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Nähere Informationen dazu gibt es dann am Ende des Webinars. Ja, und wenn Sie das Webinar im Rahmen des EB MOOC 2023 besuchen, die Teilnahmebestätigung ist dann nicht erforderlich für den Kurs. Genau. Unser Thema heute sind ja neue Formate im Kontext von Flexibilisierung und selbstgesteuertem Lernen. Und ich freue mich sehr, drei Expertinnen aus der Praxis bei uns begrüßen zu dürfen. Das sind also Gabi Filzmoser, Geschäftsführerin der ARGE Bildungshäuser Österreich. Und ihr Credo lautet, Bildungsmanagement entwickelt sich weg von der Produktperspektive hin zu einer Bildungsprozessperspektive. Dann darf ich begrüßen, Sophie Keindorf. Sie ist Koordinatorin und Projektleiterin der COS GmbH Berlin im Team Weitergelernt. Und ihr Leitsatz lautet, selbstgesteuert Lernen braucht Freiheit und Support. Und weiters darf ich noch vorstellen, Marika Rauber. Sie ist Referentin für Digitalisierung in der Weiterbildung der Supportstelle Weiterbildung bei Qualis, der Qualitäts- und Unterstützungsagentur des Landesinstituts für Schule Nordrhein-Westfalen. Und sie sagt, neue Formate sind die Pfade. Sie entstehen erst, wenn man sie beschreitet. Genau. Im EB-MOOC 2023 vertreten wir den Ansatz, dass es aufgrund der gestiegenen Flexibilisierungsansprüche der Teilnehmenden auch neue, flexible Formate braucht. Zum Beispiel mit flexiblen Inhalten, an flexiblen Orten oder zu flexiblen Zeiten. Und in dem Kontext interessiert uns natürlich ihr Zugang zum Thema beziehungsweise aus welchem Arbeitsbereich sie kommen. Und dazu haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet, die mein Kollege Gunter Schüßler gleich teilen wird. Also es geht eben um die Frage, aus welcher Perspektive Sie sich für das Thema Formatentwicklung interessieren. Und genau. Da interessiert uns, ob Sie immer aus dem Bildungsmanagement kommen, ob Sie in der Kursleitung in einer Erwachsenenbildungseinrichtung tätig sind, ob Sie selbstständig in Erwachsenenbildung arbeiten, ob Sie etwa studieren oder Sie sich in einer Aus- oder Weiterbildung befinden, aus dem Hochschulbereich kommen oder aus dem schulischen Bereich. Ja, und wenn nichts davon zutrifft, dann können Sie das auch gerne im Chat posten oder erläutern. Und ich sehe, ja, wir haben schon gute Ergebnisse. Die meisten haben schon abgestimmt. Ich denke, wir können auch das Ergebnis schon freischalten. Und das Bild zeigt, ja, also wir haben 36 Prozent aus dem Bildungsmanagement, 28 Prozent Kursleitung in einer Erwachsenenbildungseinrichtung, 21 Prozent Selbstständige in der Erwachsenenbildung und 4 Prozent Hochschullehrende. Ja, sehr interessant das Ergebnis. Es gibt uns auch einen guten Überblick, in welchem Tätigkeitsfeld Sie sich bewegen oder aus welchem Bereich Sie kommen. Wir haben uns noch eine weitere Frage überlegt, die wir für wichtig halten für das heutige Webinar. Und zwar geht es dabei um die Frage, was Ihre bisherigen Erfahrungen mit flexiblen Formaten sind. Genau, also mit flexiblen Formaten meinen wir hier zeit- oder ortsunabhängige Formate. Und es ist auch eine Mehrfachauswahl möglich hier. Die Frage ist eben, haben Sie es schon erlebt? Haben Sie es etwa schon selbst gestaltet? Oder haben Sie noch gar keine Erfahrung mit flexiblen Formaten? Und ich sehe, es wird noch abgestimmt. Gehen wir Ihnen noch etwas Zeit, diese Umfrage zu beantworten. Genau, okay. Ja, wir sehen, 75 Prozent haben flexible Formate schon erlebt, was ein sehr hoher Anteil ist. 47 Prozent haben selbst schon flexible Formate gestaltet und 16 Prozent noch keine Erfahrung. Okay, ja, vielen Dank. Es gibt uns einen guten groben Überblick und wir können die Ergebnisse natürlich auch für den weiteren Diskussionsverlauf gut nutzen. Und ja, Stichwort Diskussion. Ich darf damit gleich an dich übergeben, Birgit. Ja, und deine erste Frage an unsere Diskutantinnen. Ja, danke für Mestini, für die Anmoderation. Ich wende mich gleich an euch als Podiumsgäste. Gabi und Sophie und Marika sind wir eh schon komplett da, genau, gespotlighted. Danke. Ihr seid ja alle drei kreative Formatentwicklerinnen und habt neue Formate in die Landschaft gesetzt, in die Bildungslandschaft mit viel Nachwirkung und viel Erfolg. Und die Ideen gehen ja weiter. Es gehen euch die Ideen nicht aus. Ihr seid ständig am Entwickeln von neuen Dingen. Jetzt wäre meine erste Frage, was ist euch denn dabei wichtig? Also so in Medias Race, was ist euch wichtig bei neuen Formaten? Und ich würde als erstes dich, Gabi, fragen. Wie siehst du das denn? Ja, vielen Dank und grüß Gott an die Runde. Schön, dass ich da sein darf. Was ist mir wichtig? Ich denke, wir müssen die teilnehmenden Fallen mehr in den Fokus nehmen. Darf ich dazu meine Präsentation erstatten? Ist das okay? Ja, bitte. Die Martina hat vorhin schon mein Motto irgendwie angeteasert. Genau. Meine Idee ist eben Teilnehmende oder die Lernprozesse eigentlich vielmehr, die Lernprozesse der Teilnehmenden mehr in den Fokus zu nehmen. Und ihr habt da so die Idee, eine Bildungsprozessperspektive einzunehmen. Wenn ich das ein bisschen erläutern darf. Im Moment sind wir in Bildungseinrichtungen sehr nach einem Produkt, also nach dem Seminar oder einer Bildungsveranstaltung orientiert. Und jeder von Ihnen, der mit Qualitätsmanagement zu tun hat und prozessorientiert arbeitet, der weiß, dass diese Prozesse in Bildungsmanagement oder in Bildungsorganisationen nach dem Ablauf dieser, ich sage jetzt ganz bewusst Produkt, nach diesem Produkt beschrieben ist. Und das fängt auch mit der Entwicklung praktisch, mit der Entwicklung einer Planung, Ideengebung einer Veranstaltung bis zur Durchführung und dann der Abschluss. Und zum Schluss gibt es vielleicht auch noch irgendwelche Serviceleistungen. Würde man mehr nach den Bildungsprozessen gehen, dann würden diese Abläufe ganz anders ausschauen. Dann würde man praktisch in der Entwicklung, in der Planung, in der Durchführung, also in den einzelnen Schritten, die Lernenden mit einbeziehen, also horizontal mit einbeziehen. Wenn man sich diese zwei Grafiken da jetzt anschaut, dann ist eben bei der Produktperspektive der Lernende ja doch sehr am Rande. Er wird meistens, bevor man ein Produkt entwickelt, gefragt oder nach einer Veranstaltung gefragt, welche Ideen sie haben oder was sie noch lernen möchten. Bei einer Bildungsprozessperspektive würde man viel mehr mit den Lernenden kommunizieren. Genau. Ja. Warum glaube ich, dass das auch notwendig ist? Weil sich das Lernen der Erwachsenen verändert. Also das ist ein Thema, das wir alle in der Erwachsenenbildung beobachten können, dass eben viel mehr selbstorganisierter gelernt wird, dass das Bedürfnis einfach da ist und Teilnehmende das auch einfordern. Also das von einer Bildungsveranstaltung, wo wirklich im Vorfeld die Teilnehmenden gemeint haben, sie möchten auch gern mit dem Referenten vorher sprechen und die Inhalte vorher abklären. Also nicht nur, dass es irgendwo in einem Papier drinnen steht, welche Lerninhalte gibt es, sondern sie hätten das gern wirklich auch vorher abgeklärt. Also es geht viel mehr dahin, dass die Bedürfnisse der Lernenden auch erfüllt werden. Damit wird es auch individueller. Das kennen wir auch. Auch die Teilnehmenden melden, also es fängt im Bildungsmanagement auch an, die TeilnehmerInnen melden sich kurzfristig an oder auch wieder ab. Es gibt viel mehr Sonderwünsche, was die Teilnehmenden brauchen. Das heißt, die Teilnehmenden verbalisieren das jetzt auch viel mehr als früher. Genau. Es ist auch informeller. Die Teilnehmenden lernen informeller und vernetzter. Das bringt einfach die ganze Digitalisierung auch mit sich. Genau. Und das Ganze hat Auswirkungen eben auf die Abläufe im Bildungsmanagement. Das ist eben das, was ich vorher bei der Bildungsprozessperspektive auch schon gemeint habe. Es geht gerade in Qualitätsmanagement. Die Abläufe in einer Organisation werden andere oder müssen andere werden, wenn wir den Teilnehmer oder die Teilnehmerin mehr in den Fokus nehmen. Und da sind wir dann auch bei den flexiblen Angeboten. Es braucht einfach Angebote, die auf diese Menschen dann auch zugeschnitten sind. Und es braucht dann auch andere Lernräume. Und das ist für mich als Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil da geht es ja immer auch um Präsenzräume, nicht nur um digitale Räume, sondern auch um Präsenzräume. Und auch da, denke ich, muss es andere Raumkonstellationen geben. Raumeinrichtung, eine andere Raumeinrichtung und auch individuellere Raumkonstellationen. Das heißt für die Organisation, dass es eine andere Organisation braucht, also nicht nur die Abläufe, sondern der ganze Betrieb mit auch Personalentwicklung muss anders sein. Die Mitarbeiterinnen in der Organisation, die müssen da mitziehen. Wenn die dann nicht mitspielen vom Haustechniker bis zur Reinigungskraft, dann funktioniert das nicht. Und insofern braucht es auch eine andere Kultur, eine andere Betriebskultur. Und dann gibt es so das Thema mit den Lernbegleiterinnen. Also das ist im Prinzip ja kein neues Thema. Wir reden schon lange davon, dass sich die Rolle der Lernenden hin zu Lernbegleiterinnen orientiert oder verändert und ich denke, dass das jetzt einfach immer mehr notwendiger wird. Danke. Jetzt habe ich dir da so eine harmlose Frage nach, was ist dir wichtig in der Formatentwicklung gestellt und kriege eigentlich sozusagen als Antwort einen Paradigmenwechsel mit ganz vielen Implikationen und Auswirkungen in verschiedene Richtungen. Ich hoffe, es passt zu. Ich glaube, wir können dir alle gut folgen, weil du hast so sehr betont, was dialogisch eingefordert wird. Oder welche hohe Dialogkultur, welche hohe Mitgestaltung, welche hohe, ja, also wie viel Beteiligungsmöglichkeit ist fast untertrieben. Ja, also Mitsprachemöglichkeit, einfach auch die Teilnehmenden einfordern. Ja, nicht nur zeitlich, örtlich. Du hast auch das Inhaltliche angesprochen, ja. Ja, also ich glaube, das kann man ja teilweise auch in Selbstlern-Einheiten mit Begleitung realisieren. Ja, ich denke einfach, es ist ein guter Zeitpunkt, dich so viel da zu fragen, was ist dir denn wichtig? Also da klingt einiges bei mir an, was ich in euren Formaten auch wiederfinde. Vielleicht magst du einhaken. Ja, genau. Also ich glaube, Gabi hat ja jetzt gerade schon ganz viele Punkte angesprochen. Wir können da ja gleich nochmal drauf eingehen, weil ich stimme da total zu. Und ich habe jetzt heute hier ein kleines Beispiel mitgebracht, so zur Anregung der Diskussion. Wir waren jetzt gerade auf einer organisationalen Ebene. Was bedeutet das? Flexible Lernformate und was stellt das für Anforderungen an Bildungsorganisationen? Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie wir das sozusagen konkret in einem Format gemacht haben. Ich teile dafür kurz meinen Bildschirm, damit ihr mir folgen könnt. Wenn es gut gelaufen ist, seht ihr den jetzt? Okay. Ja, aber wir sehen, ach genau, jetzt. Jetzt, ne? Okay. Ja, du, das Internet aus Berlin nach Österreich ist einfach ein bisschen langsamer. Okay, und zwar möchte ich anhand von einem flexiblen Blended Learning Format, was wir entwickelt haben, dem EduBasic kurz darauf eingehen, was wir oder ich auch glauben, was wichtig ist für selbstgesteuerte Lernprozesse und dass dieses selbstgesteuerte Lernen nicht heißt, dass man alleine lernt. Dafür ganz kurz zum Hintergrund, was ist das EduBasic? Das EduBasic ist oder EduBasics ist ein Crashkurs für Erwachsenenbildnerinnen, den wir entwickelt haben, weil wir festgestellt haben, dass in der Erwachsenenbildung häufig Grundlagen zum Thema Methodik, Didaktik entweder, sagen wir mal, sehr weit schon zurückliegen aufgrund der Erstausbildung und dem Studium oder gar nicht so präsent sind. Wir glauben aber, dass es für die Gestaltung von zeitgemäßen Lernangeboten zentral ist, sich mit didaktischen Fragen auch zu beschäftigen und dafür haben wir diesen kleinen Crashkurs entwickelt. Warum sage ich das? Weil wir reden über eine Zielgruppe, die gewohnt ist zu lernen, also das so vielleicht als Kontext, also die sind nicht lernen ungewohnt. Und gleichzeitig haben wir oder hatten wir die Anforderung, ein relativ komplexes Thema, nämlich die Didaktik so aufzubereiten, dass Menschen, die zum Beispiel in digitalen E-Learning-Einheiten, die sie selbst gesteuert durcharbeiten, trotzdem inhaltlich nicht abgehängt werden. So, und das ist das, was ich auch, also quasi, was wir als Anlass genommen haben, zum einen, also speziell jetzt in diesem Format, aber generell, was Grundprinzip unseres Handeln ist, dass wir sagen, okay, selbstgesteuertes Lernen heißt nicht alleine lernen. Und dafür nutzen wir das didaktische Dreieck als Basis. Das didaktische Dreieck besteht aus drei Dimensionen. Ich gehe da jetzt nur ganz kurz drauf ein. Nachlesen könnt ihr sie das gerne in dem Buch da unten, das ist da verlinkt. Das heißt Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Weiterbildung. Das kann ich gerne auch dann nachher nochmal im Chat teilen, weil das ist als Open Access auch verfügbar. Und da kriegt man nochmal die ganz große Erläuterung, wie das zu verstehen ist. Also, man kann sagen, das didaktische Dreieck besteht aus diesen drei Dimensionen der Lernbegleitung, den Lernenden und dem Lerninhalt. Und der Dreiklang dieser drei Dimensionen findet sich wieder in der Lernumgebung. Die Aufgaben der Lernbegleitung sind, das ganze Inhalte zu ermöglichen, aber auch zu gestalten und zu reflektieren bei den Lernenden selbst. Die Kommunikations- und Unterstützungsstruktur ist dafür da, die Lernenden zu begleiten, zu unterstützen und zu ermutigen. Das ist ein bisschen was, was Gabi Filzmoser gerade auch meinte mit dem Bebrauchen oder wir reden schon lange von der neuen Lernkultur und auch Anforderungen an Lernbegleitungen. Und diese drei Dimensionen lassen sich untersetzen durch Adjektive, die zum einen eine Anforderung an die Gestaltung von zeitgemäßen Lernen da sind, aber auch wie kleine Qualitätskriterien. Passt mein Angebot oder ist mein Angebot so ausgerichtet, dass ich diese Adjektive erfülle? Warum sage ich das? Oder warum habe ich das jetzt kurz vorgestellt? Weil ich glaube, dieser Dreiklang wird häufig in der Konzeption nicht ausreichend berücksichtigt. Und vor allen Dingen wird, wenn wir vor allen Dingen über digitale Lernangebote sprechen, die Lernumgebung ein bisschen gesondert davon betrachtet. Wir haben das jetzt in diesem ADO Basics, haben wir E-Learning-Einheiten gestaltet anhand von einem Storytelling-Ansatz. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben Inhalte, die sind relativ schwer verarbeitbar, also ganz klar Theorie. Dafür haben wir Storytelling-Ansätze genutzt. Wir haben die digitale Lernumgebung intuitiv und kollaborativ versucht zu gestalten, indem wir zum Beispiel interaktive Lernaufgaben genutzt haben, die wir nach dem Instructional Design Ansatz entwickelt haben. Und wir haben das Ganze in Moodle und H5P vielleicht so als Hintergrund angelegt. Die Lernenden, da war unser Ansatz, diese sollen aktiv ihren eigenen Lernprozess gestalten. Wohlgemerkt, okay, wir haben ja mit einer Zielgruppe zu tun, die lerngewohnt ist. Also das heißt, wir treffen auf eine relativ auch digital affine Zielgruppe. Das haben wir unterstützt durch ein Lernjournal, was wir zur Verfügung gestellt haben, durch diese E-Learning-Einheiten, die immer auch mit kleinen Arbeitsaufträgen verbunden sind und regelmäßigen Reflexionsschreifen. Und die Lernbegleitung, also meine Kolleginnen als Trainerin, sind in diesem Selbstlernkurs am Anfang und auch nach der E-Learning-Einheit dafür da, gemeinsam mit den Teilnehmenden zu reflektieren und Feedback zu geben. Das ist vielleicht kurz als Beispiel, wie ich glaube oder wie wir von unseren Erfahrungen her selbstgesteuertes Lernen zum einen verstehen und aber auch aufsetzen, also was es sozusagen auch braucht, um das gut zu begleiten. Also ich denke, das ist ein super Beispiel. Jetzt mal suche ich für ein eigentlich sehr flexibles Format, wo ja schon sehr stark eben berücksichtigt wird, was sich die Teilnehmenden wünschen oder brauchen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Lernbegleitung. Also das ist ja dein Credo, dass es eigentlich diese Begleitung braucht. Also dein Credo braucht auch Begleitung. Man könnte natürlich sagen, noch flexibler sind wir vielleicht in einem reinen Selbstlernkurs, ganz ohne Begleitung. Also die Frage, geht das denn? Kann man da so einfach hindenken? Vielleicht gehe ich an dich weiter da, Marika. Ich glaube, du hast mehr Erfahrung einfach oder hast Erfahrung auch mit diesen speziellen oder aktuellen, mit diesen Selbstlernkursen. Genau, genau. Auf jeden Fall, wir haben da Erfahrung drei Jahre mittlerweile, aber ich würde gerne auch mit einem Statement starten, was für mich in der Formatentwicklung ganz, ganz wichtig war. Und das ist auf jeden Fall die Erfahrung zu machen, dass es keine One-Size-Fits-It-All-Lösung gibt, sondern dass wir tatsächlich immer an dem Bedarf der Zielgruppe und an dem didaktischen Design und das alles mitdenken müssen. Das wurde so schön auch aufgenommen von Sophie. Deswegen werde ich meine Gedanken zur Didaktik skippen, weil das sehr, sehr schön dargestellt wurde. Würde mich gerne der Zielgruppe widmen und dann auch daran den Selbstlernkurs ein wenig erklären. Also wir dürfen die Zielgruppe und das Lernziel natürlich nicht aus den Augen verlieren. Und man muss sich natürlich auch bewusst machen, wen man erreicht und wen man auch nicht erreicht. Es ist eigentlich praktisch, das sind die gleichen didaktischen Fragen, die man sich vorher auch gestellt hat. Aber man muss sich natürlich auch fragen, wieso mache ich jetzt dieses Format? Also liegt es da dran, vielleicht weil ich selbst diese Bildungsstrategie präferiere oder ist es, weil es tatsächlich von meiner Zielgruppe gewünscht wird? Und natürlich passt das Format zum Lernziel und zu den Kompetenzen, die erworben werden sollen. Wir beobachten ähnlich, wie das auch schon Gavi und Sophie gesagt haben, wir beobachten einen Bedarf an neuen Formaten, an flexibilisiertem Lernen. Darunter verstehen wir auch das zeit- und ortsunabhängige Lernen. Und das ist natürlich verständlich, denn die Tagesabläufe und Lebensrealitäten der Teilnehmenden sind wirklich so unterschiedlich und so flexibel, sollte dann auch das Lernen sein dürfen an Stellen, wo es dann auch didaktisch sinnvoll ist. Und dann komme ich hier auch schon direkt zu meinem Beispiel. Da gehe ich mich einmal kurz die Trommelier frein und starte die Präsentation. Das ist wieder die Deutschland, die Deutschland ist Deutschland. Ja, und bei uns regnet es und es hat vorhin auch gesittert. Also das heißt, das kann vielleicht auch noch ein bisschen Einfluss haben auf die Übertragungsrate. Hier habe ich Ihnen und Euch ein Beispiel mitgebracht aus unserem Säßlern-Kurs. Den wollte ich Ihnen eigentlich heute auch direkt mit einem Link in den Chat stellen, aber es ist so oft, wie es ist, wenn man sich denkt, okay, ich stelle an einem Tag den Säßlern-Kurs vor, dann sagt die Hosting-Firma, wir führen genau in dieser Woche Moodle-Updates durch. Also das heißt, die Seite ist von gestern bis heute zeitweise nicht erreichbar. Deswegen würde ich hier das präferieren, dass Sie im Nachgang die Links bekommen und jetzt nicht heute frustriert werden, weil Sie da nichts erreichen können, sondern vielleicht schauen Sie sich dann auch gerne das in der nächsten Woche an. Genau, also das ist der reine Säßlern-Kurs. Wir hatten ja schon auch vorhin bei Sophie eine andere Art des didaktischen Designs, ein begleitender Säßlern-Kurs. Wir verstehen unter diesem Säßlern-Kurs in diesem Konzept pädagogisch nicht begleitete Kurse. Sie bilden ein in sich geschlossenes E-Learning mit einem Kursanfang und einem Kursende und es gibt eine Teilnahmebescheinigung am Ende. Und auch diese Kurse haben ihre Daseinsberechtigung. Wir müssen natürlich aber auch hier sensitiv sein, dass es nicht die Lernform ist, mit der jede oder jeder gut kann. Sie erfordert eine hohe Selbstmotivation, Selbststeuerung, eine förderliche, personelle Umwelt, die nicht ablenkt und natürlich metakognitive Fähigkeiten. Aber dass Sie ja in der Abfrage auch schon sehr, sehr stark gezeigt haben, dass Sie sich mit den Formaten, neuen Formaten auskennen, will ich da jetzt auch gar nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern direkt in eine Schätzfrage überleiten. Was schätzen Sie, wie hoch ist die Abschlussquote in MOOCs? Was würden Sie sagen? Haben Sie da ein Gefühl für oder haben Sie da persönliche Erfahrungen? Ein paar Vorschläge haben wir da schon gemacht für mögliche Prozentzahlen. 52 von 62 Teilnehmenden haben teilgenommen. Vielleicht mag noch jemand schätzen. Ab der 90-Prozent-Marke gehen wir verlässlich frei. Mag noch jemand sich beteiligen? Ja, jetzt kann man, glaube ich, freigeben. Jetzt haben wir 92 Prozent Beteiligung. Bitte sehr. Jetzt bin ich immer neugierig, wie du zufrieden bist mit der Schätzung, Marika. Ja, also ich finde das total toll. Also man sieht, wie unterschiedlich das Ergebnis ausfällt. Und das führt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Was versteht man unter Munchs Definitionen Begrifflichkeiten? Also die richtige Antwort, naja, es gibt keine richtige Antwort, aber der Schätzfrage habe ich eine Studie zugrunde gelegt aus dem Jahr 2014, die untersucht hat, wie MOOCs abgeschlossen wurden im amerikanischen Raum. Das waren damals noch sehr stark nur Videokurse. Und da lag die Abschlussquote bei 2 bis 15 Prozent. Ganz interessant fand ich auch, ich habe ja auch euch gefragt vom EB-MOOC, wie hoch war denn da die Abschlussquote beim letzten EB-MOOC-Fokus? Die lag dort bei knapp 70 Prozent. Also wir haben einmal die Studie, die sagt 2 bis 15 Prozent. Hier die Schätzung im Chat am stärksten vertreten mit 15 bis 30 Prozent. Und daneben die Erfahrung aus diesen Selbstlernkursen, da ist es auch so ähnlich. Und zwar, es gestaltet sich immer unterschiedlich. Also in dem ersten Jahr, wo wir mit den Kursen gestartet sind, lag die Abschlussquote bei 10 Prozent. Mittlerweile laufen die Kurse auch in der zweiten bearbeiteten Version drei bis dritte Jahr in Folge. Und da sind wir bei einer Abschlussquote von 18 Prozent. Und wieso erzähle ich das? Ich erzähle das, um Sie einfach zu sensibilisieren, dafür zu hinterfragen, okay, was bedeutet jetzt hier MOOCs? Ist es begleitet? Ist es pädagogisch begleitet? Ist es ein reiner Videokurs? Wie sieht das soziale Commitment aus? Also ich will da einfach nur sensibilisieren und zeigen, okay, jede Abschlussquote kann vorkommen, je nach dem didaktischen Design. Und der zweite Grund, wieso ich mich hier für diese Schätzfrage entschieden habe, ist, sie zu motivieren, keine Scheu von neuen Formaten zu haben, diese auszuprobieren. Als wir in dem ersten Jahr bei einer Abschlussquote von 10 Prozent gelegen haben, haben wir uns aufgedacht, haben wir da irgendwas falsch gemacht. Aber nein, dieses Format hat auch seine Daseinsberechtigung. Und auch wenn wir nur von 10 Prozent sprechen, die 10 Prozent, die den Selbstlernkurs der unbegleitet ist, erfolgreich abschließen, sind Teilnehmende, die wir womöglich nicht erreicht hätten. Und es ist immer als ein Zugewinn zu werten, auch wenn sich die 10 Prozent erstmal nach wenig anhört. Und da komme ich auch schon zu meiner zweiten Folie, die praktisch da überleitet, in Begriffe und Definitionen. Es gibt so viele verschiedene Begrifflichkeiten. Auch wir arbeiten in unserem Konzept mit anderen Begrifflichkeiten beziehungsweise mit unterschiedlichen Verständnisweisen. Und auch das ist ein wichtiges Learning aus der Entwicklung der neuen Formate, die ich in den letzten Jahren sammeln konnte. Man muss halt immer schauen, okay, was wird damit gemeint? Welche Begriffe kursieren schon? Es gibt unterschiedliche Begriffe, die unterschiedlich angewendet werden bei unterschiedlichen Anbietern. Und hier geht es mir auch einfach um die Stärkung der Sensibilisierung, des Reflektierens, des eigenen Wordings. Und wenn wir uns bei einem Wording entscheiden, dann müssen wir es ganzheitlich und einheitlich in der Programmplanung verwenden als Institution. Klingt vielleicht profan, ist aber eine echte Herausforderung, vor allem wenn man in Kooperation arbeitet und Konzepte gemeinsam entwickelt. Und hier im Move, deswegen habe ich hier auch die Wörter aus dem EBMove genommen. Sie haben ja im ersten Video auch in dem Skript und in dem Video eine schöne Einbettung der Begrifflichkeiten bekommen. Darauf will ich jetzt hier gar nicht explizit eingehen. Ich wollte uns hier einfach nur einstimmen auf dieses Wording und dafür sensibilisieren. Danke, Marika. Danke schön. Ich bin kurz aus meiner Rolle gerissen. Ich sollte eigentlich neutral moderieren, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch kurz was dazu erklären. Diese MOOCs haben ja auch sehr viele unterschiedliche Begrade an Begleitung. Abschlussquoten sind mal wichtiger und mal nicht. Und andererseits werden sie auch unterschiedlich berechnet. Also manchmal berechnet man sie an 100 Prozent aller Teilnehmenden. Manchmal berechnet man sie an 100 Prozent derer, die überhaupt einmal versucht haben, dort irgendwas in Richtung Abschluss zu machen, wie zum Beispiel einen Test. Es gibt ja gerade in Selbstlernkursen, in unbegleiteten Selbstlernkursen, auch Leute, die kommen nur, weil sie mal sich eine Sache anschauen wollen. Die nehmen sich was mit und wollen keine Tests machen, weil dann Abschlüsse nicht wichtig sind, machen aber vielleicht trotzdem alle Inhalte. Also ich würde diese aus meiner Sicht jetzt mit Hütchen-Muckmacherin das Berechnen anhand der Abschlussquoten sogar ein bisschen relativieren, wenn es darum geht zu sagen, ob ein Format Sinn macht oder nicht. Es gibt so viele Lernformen und Lernmotivationen. Da gibt es, denke ich, einfach sogar unabhängig von Abschlussquoten einfach viele sinnhafte Teilnahmemöglichkeiten. Genau. Danke vielmals. Jetzt haben wir Formatbeispiele am Tisch liegen. Wir haben sensibilisiert worden dafür, dass wir da mit einem ein bisschen verschwommenen Wording zu tun haben, also unterschiedlich verwendeten Begriffen. Entschuldigung. Und wir haben jetzt gerade noch einmal uns ins Bewusstsein gerufen, dass die Übergänge fließend sind zwischen begleiteten und unbegleiteten Kursen. Also der Kurs kann auch durch Forendiskussionen begleitet sein. Die sind dann asynchron, ist auch irgendwie begleitet, aber es ist kein fixer Zeitpunkt. Das wäre auch eine Möglichkeit, den Teilnehmerwünschen entgegenzukommen. Also da gibt es einfach eine breite Palette und viele Abstimmungen. Das alles dient ja eigentlich dazu, die aktuellen TeilnehmerInnen Bedürfnisse zu befriedigen, die eben Bedürfnisse sind nach mehr Flexibilität, nach mehr Mitbestimmung, Selbstbestimmung. Wir haben ja da im EDMUG für diese neuen Bedürfnisse, die du, glaube ich, ja auch schon ausgeführt hast zu Beginn, haben wir diesen Begriff der Netflix-Erwartung geprägt oder vorgeschlagen. Vorgeschlagen haben wir ihn einmal. Er hat viel Anklang gefunden, glaube ich. Also viele konnten damit was anfangen. Jetzt möchte ich euch einfach einmal fragen, wie geht es denn euch mit dieser Netflix-Erwartung? Vielleicht möchte ich vorher noch einmal benennen, was wir damit meinen. Wir meinen sozusagen den Wunsch nach einer zeitlich flexiblen Teilnahme, der Wunsch nach einer örtlich flexiblen Teilnahme. Also es soll Bildung dann spielen und dort spielen, wo ich möchte. Jetzt ein bisschen überzeichnet. Und vielleicht auch so ein bisschen eine Konsumhaltung. Klingt ein bisschen mit mit dem Begriff Netflix. Wir haben das ursprünglich gar nicht so bewusst so intendiert bei der Begriffswahl, aber das klingt natürlich mit an. Wie geht es euch damit jetzt so? Ich weiß nicht, wer als erstes was sagen möchte. Was würdet ihr sagen? Ist das jetzt nur negativ? Ist das auch gut? Oder wie soll man das beurteilen, das Phänomen? Ich glaube, gebt es einfach ein kurzes Zeichen. Schaltet es euch frei, wenn ihr reden wollt. Also soll ich mal kurz anfangen? Also ich finde den Begriff total super, weil er das also absolut widerspiegelt. Also die Erfahrung, die wir auch machen. Und zwar diese Diskrepanz, die wir da aktuell beobachten. Du hast einmal quasi, habt ihr das gerade, na, mit der Netflix-Erwartung? Also ja, ich skipper, ich schalte mich ein, ich schalte mich raus. Aber vor allen Dingen für mich symbolisiert der Begriff eine eher konsumentenorientierte Perspektive. Und das ist ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Gabi Filzmose uns gesagt hat, wie sozusagen die Anforderungen von Teilnehmenden sind an Lernangebote. Dass sie sozusagen, oder was heißt im Widerspruch? Aber da wird es nochmal beschrieben zu sagen, okay, es soll individualisierter sein, flexibler, wie auch immer. Das stellt natürlich an Bildungsorganisationen für die Gestaltung eine enorm hohe Herausforderung. Und gleichzeitig haben wir das Wissen aus den Begleitenden oder aus Lernprozessen. Und wenn wir sagen, okay, lernen, wie gestalte ich Lernen? Dass ich aus, wenn ich aus so einer Haltung komme, in der ich mich eher zurücklehne und konsumiere, das Lernen im Sinne von Wissensaneignung noch durchaus gelingen kann. Ich aber nicht so weit auf der Entwicklungsstufe im Sinne von Handlungskompetenz und Kompetenzentwicklung kommen kann. Also es gibt eine natürliche Grenze, wenn ich selbst so eine Konsumentenhaltung einnehme. Und da ist, glaube ich, eine Schwierigkeit für Bildungsorganisationen. Und da besteht die große Anforderung, zum einen diesem Bedürfnis zu entsprechen, zum anderen aber zu wissen, vielleicht haben wir hier Inhalte, die funktionieren nicht, wenn wir die einfach nur zum Streamen zur Verfügung stellen. Also das vielleicht, und deswegen finde ich diesen Begriff aber so super, weil er gut auf den Punkt bringt, was die Anforderung da aktuell ist bei der Entwicklung von guten Formaten. Super, danke. Diese Grenze, gell, dieses Grenze, ich komme nicht in den Kompetenzerwerb, wenn ich mich wirklich nur passiv dem Bildungsfernsehen hingebe. Darf ich bitte? Ja, ich glaube, das Neue daran ist einfach, dass man wirklich vorproduziert, dass man eben Inhalte produziert, die dann irgendwann einmal abgerufen werden können. Das ist natürlich jetzt der organisatorische Aufwand, der ist enorm für Bildungseinrichtungen und auch für Trainerinnen. Aber glaube ich, was bei Netflix fehlt ist, und das können wir in der Erwachsenenbildung besser machen, ist, dass wir dann so etwas wie eine Beratungsleistung anbieten und sagen ganz individuell, welche Inhalte würden wir jetzt für diese Person empfehlen? Also welche Lernziele hat diese eine Person, die jetzt irgendwas lernen möchte oder ein Problem lösen möchte? Und ich als Bildungsmanagerin vielleicht sogar, also nicht nur als Trainerin oder Trainerin, sogar als Bildungsmanagerin, welche Inhalte aus diesem Pool würde ich jetzt dieser Person empfehlen, dass sie konsumiert, sozusagen. Und das ist, glaube ich, dann das Besondere dabei. Das ist natürlich eine wahnsinns Herausforderung für uns jetzt als Bildungseinrichtungen und als Bildungsmanagerin. Aber im optimalsten Fall würde ich jetzt einmal sagen, geht es ganz Richtung Teilnehmerorientierung und Richtung Lernprozessorientierung. Das heißt, so eine Begleitung, Zuordnung, Empfehlung, was kann man wie lernen? Also was kann ich jetzt vielleicht wirklich so passiv lernen? Was brauche ich aber in einer anderen Form? Wo brauche ich, also du sprichst ein Stück so von schon individueller Beratung der Teilnehmenden, Lernenden, was für sie passend wäre als Aufgabe, vielleicht eine neue Aufgabe? Also ich glaube, dass das ein bisschen eine Rollenveränderung wird für Bildungsmanagerinnen. Also Bildungsmanagerinnen verstehen wir im Moment jetzt Personen, die eine Bildungsveranstaltung organisieren, die sie dann anbieten, eine Trainerin, einen Referenten dazu einladen. Und ich denke, dass auch eben die Rolle der Bildungsmanagerinnen sich dahingehend verändern soll, muss, kann, dass sie eben auch Beratungsleistung macht. Was braucht die Person, was braucht die Person, die jetzt gerade zu mir kommt? Was braucht die für Inhalte? Und wenn ich einen Vorrat habe, dann kann ich das auch anbieten. Da verschwindet dann sogar die Rolle der Bildungsmanagerin mit der Beraterin noch stärker als nur jetzt bei der eigenen Produktberatung oder so. Das geht ja eigentlich darüber hinaus. Die Brigitte hat das im Chat jetzt auch gerade bestätigt. Das heißt, Bildungsmanagerinnen müssten eigentlich auch Bildungsberaterinnen sein. Genau. Über das eigentliche Programm hinaus vielleicht, im Idealfall. Genau. Wir haben auch schon Kommentare, dass es doch sozusagen die Passivität, sozusagen die Netflix-Erwartung als problematisch eingestuft wird, also die Verbindung und die Kraft, das miteinander fehlt. Marika, du... Genau, ich sehe es auch zwiegespalten. Natürlich sehe ich da auch die Grenzen, also bei der Einübung von Handlungen und Prozessen, bei Sachen, wo Beziehungsarbeit erfordert wird, auch bei Leitungsfortbildung, wo sehr viele reflexive Ebenen mitlaufen, finde ich das auch sehr, sehr schwer, das in eine Netflix... in einen Netflix-Content zu gießen. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht, weil Bildungsprozesse auch eine Beziehung brauchen. Also da habe ich den Seniorenkurs Englisch vor Augen, wo es viel mehr um Geselligkeit und das Miteinander geht und die Beziehungsarbeit als um das leistungsorientierte Englisch lernen. Also da sehe ich auf jeden Fall gar keine Passgenauigkeit. Nichtsdestotrotz würde ich aber auch gerne die andere Perspektive etwas stärken und mich fragen, es gibt diesen Bedarf, wieso sollte dieser Bedarf ignoriert werden? Und da muss man natürlich gucken, didaktisch, was passt. Also was habe ich in meinem Portfolio, was ich vielleicht in diesem Format anbieten könnte? Und dann kommt mir zum Beispiel die Idee, beziehungsweise das, was in den letzten Jahren auch ganz akut war, man stellt sich die Frage als Lernender, als Lehrender, wie schneide ich ein Video, ich muss schnell irgendetwas produzieren, da habe ich keine Zeit zu warten, bis ein Kurs anfängt. Wenn ich mir den Inhalt nicht bei den Bildungsinstitutionen hole, dann hole ich ihn ja an einer anderen Stelle. Und ich glaube, diese Chance sollte man nicht aus der Hand geben, sondern sich dann auch fragen, wie kann ich diesen Bedarf nutzen, um auf mein ganzes Portfolio an Veranstaltungen und Angeboten aufmerksam zu machen? Und wie kann ich halt über diesen Bedarf, dass Netflix-Content angefordert wird, potenziell neue Zielgruppen gewinnen und auf andere Angebote aufmerksam machen? Super. Was du jetzt nochmal unterstrichen hast, ist wieder einmal dieses One-Sides-Fits-All, gibt es nicht, es kommt auf das Lernziel an, um was geht es? Es geht um einen Kompetenzerwerb und dann erst die Ableitung, was brauche ich da? Und was du da schon wieder nahelegst, finde ich, also ich höre es heraus, ist diese Kombination von Bestandteilen, die man Netflix-artig konsumieren kann, weil sie da sind, aber auch, um damit Leute zu gewinnen für den Austausch in der eigenen Organisation oder online über die eigene Organisation angebunden, wo dann wieder diese einerseits natürlich Kraft des Austauschs dazu kommt, aber andererseits vielleicht eben auch die praktische Auseinandersetzung und Übungsmöglichkeit, die einen auf eine höhere Stufe des Kompetenzerwerbs sozusagen leiten könnte oder führen kann. Also so vielleicht die Bausteine als Teaser für die Vertiefung in der synchronen Auseinandersetzung. Ich weiß nicht genau, Sophie, du schaust so aus, als würdest du da einhören wollen? Ja, genau. Ich habe zwei Punkte, also auch anschließend an das, was Marika gesagt hat. Also ja, ich glaube schon, es kann gut, also man kann es gut nutzen, punktuell. Und ich glaube auch tatsächlich, wo ich mir es gut vorstellen kann, ist für den Zugang, für den niedrigschwelligeren Zugang vielleicht für Zielgruppen, die man bisher nicht erreicht hat und die gegebenenfalls lernungewohnter sind. Also aktuell gerade ein kleiner Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich glaube, Leute, die auch in ihren beruflichen Kontexten gar nicht gewohnt sind, regelmäßig, also im Sinne vom lebenslangen zu lernen, haben häufig, da habe ich letztens irgendeine Studie dazu gesehen, Hemmungen, sich an Bildungs- und Weiterbildungsprozessen zu beteiligen, weil sie scheu davor haben, dass das mit einer hohen Hürde verbunden ist für sie, der sie gar nicht mehr gerecht werden. Von daher glaube ich, okay, diese vorproduzierten Inhalte, die ich flexibel abrufen kann, wie auch immer, haben durchaus die Möglichkeit, je nachdem natürlich, wie sie aufbereitet sind, sozusagen Leute überhaupt generell zu öffnen, wieder für Bildung, also in Lernprozesse einzusteigen und daran teilzuhaben. Und trotzdem glaube ich, hat das mit Blick auf vor allen Dingen die Qualitätssicherung von Lernen und Lernprozessen, haben Bildungsorganisationen zunehmend, finde ich, auch eine Verantwortung, klar zu kommunizieren über mögliche Lernerfolge, weil das Ganze hat inhaltliche Grenzen. Also und das finde ich, also dann haben wir quasi einmal dieses Bedürfnis, auf der teilnehmenden Seite zu individuell flexiblen Lernen, kurze, möglichst kurze Angebote, weil ich habe nicht so viel Zeit. Und in diesem didaktischen Dreieck sind die Lernenden nicht zufällig ein elementarer Bestandteil, weil auch sie müssen mittun. Also selbstgesteuertes Lernen funktioniert nicht nur, indem ich Inhalte, Formate, die Lernkultur bei den Trainerinnen oder den Lernbegleitungen anpasse, sondern auch Lernende sind aktiver Teil ihres Lernerfolges. Und das im Dreiklang, glaube ich, darf man nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir über flexible Formate reden. Und das muss auch klar kommuniziert werden, wo dann die Grenzen sind, also quasi nicht irgendwas versprechen, wo wir sozusagen aus einer pädagogisch-didaktischen Perspektive jetzt schon wissen, es kann nicht, es gibt eine natürliche Grenze. Das war mir nur eingefallen, wo Rilke gerade sagte, okay, man kann natürlich gucken, welche Formate sind geeignet oder Inhalte sind geeignet, in solchen Formaten aufgebaut zu werden. Das ist sehr vielfältig. Da haben wir einerseits Lernenden, die eigentlich einen niederschwelligen Einstieg brauchen, die sich nicht in den Gruß setzen und die man vielleicht mit kurzen Videos gut abholen kann. Bei denen funktionieren ja diese kurzen Selbstlernformate dann ein Stück weit. Das sind aber vielleicht gar nicht die, die einen Abschluss wollen und Tests machen, Prüfungen machen. Die sieht man dann in solchen Selbstlernformaten, nicht in der Abschlussquote. Aber für die ist das auch ein guter Einstieg. Andererseits haben wir trotzdem ein Bild, wo Lernende eine aktive Rolle spielen und wo sie einfach mehr sind als nur Konsumentinnen. Und da haben wir in den Bildungseinrichtungen zunehmend auch noch eine so eine Art Guidance-Verpflichtung, was du am Anfang gesagt hast, Gabi. Also es ist nicht trivial, das Ganze. Vielleicht machen wir da auch mal einen kurzen Zwischenstopp und schauen einmal, was sich im Chat so aufgestaut hat. Oder ich frage einmal zwischendurch eine Frage ans Publikum, unter Anführungszeichen, also an alle, die für uns heute da als Teilnehmer, die eben jetzt in der Rolle der Mit-Chatenden mit dabei sind. Wie schaut denn das eigentlich aus bei Ihnen in Ihrer Praxis? Wie wichtig sind denn für Sie flexible Formate und Angebote in Ihrer Praxis? Wie stellt sich diese Frage für Sie? Ist das jetzt dringend? Ich meine, wir haben schon gehört am Anfang bei der ersten Schätzung, 47 Prozent haben schon welche gestaltet, haben schon flexible Formate gestaltet. Also nehme ich mal an, dass es wahrscheinlich für Sie relevant ist. Gunther, magst du uns einmal die Umfrage einspielen, bitte? Wie wichtig ist das für Sie jetzt so? Wir reden da von flexiblen Formaten, es muss flexibel werden, ist so das Postulat. Ich möchte das einfach kurz mal mit Ihnen auch überprüfen. Wie sehr trifft das jetzt wirklich die Realität bei Ihnen allen? Ja, ich sehe da schon, dass Sie schon drei Viertel fast da mitgemacht haben. Also bitte noch einmal, ja, also, vielleicht mag noch die eine oder andere, immer so gern 90 Prozent, wenn das nicht geht, dann geben wir jetzt die Ergebnisse frei, bitte. Genau, mäßig wichtig ist das Hauptergebnis, ja. Also das ist jetzt nicht so, ja, schon wichtig, ja. Also, also, vorher haben wir ja schon gesehen, ja, 47 Prozent haben auch schon welche gestaltet. Aber Sie sind so, so brennend wichtig ist das auch wieder nicht, ja. Sehen Sie denn für dieses flexible Anbieten von Lernmöglichkeiten Grenzen? Das ist so eine Frage jetzt auch an alle. Vielleicht kann man das ja am besten im Chat beantworten. Also, also wo sind denn die Grenzen oder wie flexibel wollen wir gar nicht werden, ja? Ich habe jetzt in solchen Diskussionen schon öfter die so antworten oder einfach Reaktionen bekommen, so flexibel wollen wir gar nicht werden, weil es gibt Grenzen. Wir haben jetzt schon einige da angesprochen. Aber wie ist denn das in Ihrer Realität? Das wäre jetzt mal so eine Frage an alle. Gibt es denn da, es kommt aufs Lernziel an, das haben wir ja eh schon gesagt, auf das kommt es ganz stark an und in erster Linie wahrscheinlich, die Grenze des Kompetenzerwerbs beim Lernen-Selbstlernen, aber da spricht man nicht gegen flexibles Lernen. Ja, also wenn da jetzt nicht, ja, Flexibilität ohne den Kontakt zu den Lernenden zu verlieren, ist wichtig, genau. Ich glaube ja immer, dass man nur durch Flexibilität den Kontakt mit den Lernenden halten können, weil die sich sonst ihre kurzfristigen Wünsche auf YouTube erfüllen. Ja, genau. Dann gibt es andererseits aber auch diese Erfahrungen, dass man eben aus Texten, Büchern, Artikeln auch viel ziehen kann. Das ist immer so die, je nach eigener Lernkultur und Erfahrung, die Begegnung ist so wichtig. Also die, man schreibt Ruth, die sollte man erhalten. Das ist sozusagen eine Grenze, dass man die Begegnung nicht verliert. Gabi, sehe ich nicken, genau. Ja, weil das eigentlich ja kein Widerspruch ist, sondern genau das Gegenteil. Ich brauche viel mehr Kommunikation und viel mehr Begegnung und viel mehr Kontakt zu den Teilnehmenden als bisher, damit ich das überhaupt wahrnehmen kann. Was sind die Lernbedürfnisse? Beziehungsweise damit ich das wahrnehmen kann, was braucht denn die Person jetzt? Das ist für mich absolut kein Widerspruch. Ja, ich bin nur bei dir. Also ich sehe das wie du. Ich glaube, es ist wieder ein Widerspruch. Vielleicht nur eine Vermutung, warum diese Umfrage so ausgefallen ist, dass das nur mäßig wichtig ist. Weil ich glaube, es braucht eine Kompetenz, dass ich meine Lernziele auch formulieren kann. Und das kann nicht auch jeder. Genau. Also sind wir uns ganz ehrlich. Also ja, genau. Es ist ja das Angebot immer so klar dabei, wenn wir uns jetzt mal ganz ehrlich sind. Ja, genau. Und ist aber so central, wäre so wesentlich für alle weitere Planungen. Wir kommen da zu den basicsten Didaktiken. Ich fange an, bei den Zielen zu planen. Und ihr kennt es sicher auch alle, wenn sie in einem Seminar am Anfang die Teilnehmende fragt, was sind eure Erwartungen, dann sagen sicher 50 Prozent der Teilnehmer, ich lasse mich jetzt überraschen, was jetzt kommt. So irgendwie. Genau. Und diese Personen, die werden auch nicht, die haben zumindest zu diesem Thema, noch nicht diese Selbstlernkompetenz, die man dazu braucht. Ja, und andererseits, was erzählt, gibt es wieder die, die kommen hin und sagen, die Inhalte mitbestimmen. Da gab es eh so eine Frage auch im Chat dazu, wie konkret geht man denn dann in Dialog mit den Leuten? Also wie, die war an dich adressiert, wie könnte man denn den Dialog mit den Lernenden bei der Bildungsprozessperspektive denn gestalten in so einem Fall? Es ist nicht so leicht. Weiß nicht, ob du da jetzt... Ja, gern. Also ich denke zum Beispiel, also Kommunikation ist einfach da das Wichtigste, in allen Formen, die irgendwie möglich sind. Soziale Medien sind dazu, also prädestiniert würde ich jetzt einmal sagen, um das zu erfahren, wo die Bedürfnisse liegen. Also die sind dann vielleicht nicht ganz individuell, aber zumindest zielgruppenorientiert. Ich denke, dass es für Bildungsorganisationen dann vielleicht auch notwendig ist, dass es so etwas gibt wie Schwerpunktthemen. Also ich kann nicht zu dem breiten Themenfeld, also gerade in der allgemeinen Erwachsenenbildung in Bildungshäusern, die haben ein sehr breites Angebot. Das ist fast unmöglich, dazu jetzt wirklich so Netflix-Angebote zu machen. Also ich kann das zu einem bestimmten Schwerpunkt, in einem engen Thema, kann ich das als Bildungsorganisation, glaube ich, gut leisten, aber nicht in dieser Breite und Fülle, die wir als Bildungseinrichtungen oft haben, genau. Also ein Schwerpunktthema dazu ist vielleicht auch noch wichtig und das Weiterlernen während Veranstaltungen oder nach Veranstaltungen oder aber Lehrgängen. Also da wirklich wahrzunehmen, wo sind diese Punkte, wo weiter gelernt werden kann. Und dazu, glaube ich, braucht es uns als Bildungsmanagerinnen oder als Trainerinnen, das Wort zu nehmen, wo kann ich diesen Lernenden oder dieser Lernde jetzt einen Impuls geben? Also so anstacheln, wo sind diese Themen, wo vielleicht das nächste Lernthema für diese spezielle Person lauert? Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Gabi gerade gesagt hat, was auch noch mal gut auf das hinweist, was du vorhin hattest, diesen Unterschied zwischen dem Verständnis von Produkt, machen Bildungsorganisationen ein Produktangebot oder gehen wir auf Lernprozesse? Und ich glaube, diese Idee von der Ermöglichungsdidaktik, die ist jetzt auch nicht ganz neu, ist aber genau für sowas zentral. Wenn nämlich Organisationen es schaffen, einen Ermöglichungsrahmen anzubieten, dann heißt das, wir gehen weg von diesem reinen Produktdenken. Also Teilnehmer A, B, C möchte gerne Produkt XY, das produziere ich, damit würde ich nicht Geld. So, und wenn ich das, wenn ich aber es schaffe, dass, also Bildungsorganisationen, Bildungsanbieter zu einem erweiterten Verständnis kommen, nämlich zu sagen, sie bieten einen Ermöglichungsrahmen an, dann kann ein Teil vorproduzierter, flexibel, konsumierbarer Content sein, der aber in einen größeren Lernprozess eingebettet ist. Und dann kann man diesen Anforderungen, glaube ich, auch entsprechen. Aber das braucht ein grundsätzliches Umdenken, auch im Selbstverständnis von Bildungsorganisationen. Also das hat dann nicht nur was mit dem, wie gestalte ich das didaktisch, sondern dann bin ich auf einer organisationalen Unternehmenskulturebne von dem, was ich tue und wie ich das tue. Also das einfach nochmal als. Ja, danke dafür. Ich möchte nur noch bestätigen, so dieses, was du jetzt auch sagst, das findet sich ja zum Teil im Chat immer wieder, so dieses, ja, über die organisationale Ebene nachdenken müssen, aber auch so dieses, ja, Kombinieren von fixen Teilen mit offenen Teilen, das ist, glaube ich, eine, ich habe die Kommentare jetzt einmal so quer gelesen währenddessen, das ist einfach so ein Hauptergebnis, wo sich viele einig sind, das geht in die Richtung, man muss das irgendwie kombinieren, man kann das nicht für alles machen, das wird dann beliebig und diffus, sondern man kann Flexibilität mit fixen Ankern verbinden, dann wird das Handelbar. Marika, du wolltest, gell? Genau, ich, also ich schließe an die Perspektivierungen an und würde gerne noch das Feld für die gesellschaftliche Teilhabe öffnen, also auch die Frage, weg von dem Produktdenken, ich kann gesellschaftliche Teilhabe nicht in einem Produkt gießen, also ganz viele Veranstaltungen der gemeinwohlorientierten Erwachsenenbildung sind, dass sie die Teilnehmenden in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe stärken, das ist nichts Messbares, das ist auch nichts, was wir in Produkten denken können, aber in heutigen Zeiten umso wichtiger und da passt es natürlich auch nicht, also diese Perspektive würde ich gerne mit reinbringen, dann auch noch die Perspektive der Einrichtungen die strategische Perspektive, möchte ich als Einrichtung überhaupt, passt das zu meiner Marketingstrategie, passt das zu meinen Leitzielen, möchte ich überhaupt so einen Content produzieren, der als Netflix-Content deklariert wird, also neben der Zielgruppe, dem didaktischen Design, den ganzen Prozessen, müssen wir auch noch diese Ebenen mitdenken und ich glaube, auf diese ganzen Entscheidungen wird es keine einfache Frage geben und auch jede Einrichtung wird diese Frage für sich anders beantworten müssen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir die Fülle der Möglichkeiten sehen, also was man alles machen kann, was man alles ausprobieren kann, ich habe im Chat ein paar so auch Kommentare gelesen in die Richtung, ich möchte vieles ausprobieren, ich möchte vieles kennen, also einfach um, es gibt dieses One-Size-Fits-All nicht, aber es gibt schon unterschiedliche Möglichkeiten, mehr als man vielleicht sieht, aber okay, Inklusion mitdenken, strategische Perspektive, Marketing, Sitzpunkte mitdenken, Sophie, bitte. Ja, vielleicht aber auch damit, also was Marika gerade meinte, mit dem möchte ich das, da gibt es natürlich schon, also kommt es darauf an, was für ein Typorganisation bin ich auch, also wie heißen bei euch die Volkshochschulen, das habe ich jetzt gerade in, also bei uns haben natürlich Volkshochschulen einen ganz anderen Hintergrund, die können diese Entscheidung vielleicht treffen, für sich selbst, wie machen sie das, gleichzeitig haben sie ja diesen Auftrag, Teilhabe zu ermöglichen, also auch zum Beispiel niedrigschwellige Zugänge, gesellschaftliche Teilhabe an Bildung zu fördern, was komplett anderes ist, ist, wenn ich als freier Weiterbildungsanbieter auf dem freien Markt tätig bin, wo ich vielleicht ganz anderen, auch wirtschaftlichen Zwängen unterworfen bin. Und gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel bei den Volkshochschulen ja die Möglichkeit, zu sagen, indem wir, oder indem wir mehr schaffen, solche Inhalte anzubieten, haben wir kuratierte Inhalte. Und das finde ich auch wichtig, also auch nochmal zu diesem Thema Qualität. Das eine ist so flexibel, da was anzubieten, aber das andere ist, wir haben kuratierte Sachen und der eine von euch hat es das vorhin auch gesagt, alternativ gehen die Leute nämlich auf YouTube und gucken sich Sachen an, die nicht kuratiert sind, aber der Unterschied ist quasi für einen Teilnehmenden erstmal gar nicht sichtbar. Genau, genau. Also wir haben praktisch Expertise in den Häusern sitzen und das war auch ein Statement eines Beitrags, ich glaube des Zweiten, wo ich dann halt auch gesagt habe, möchten wir diese Chance aus der Hand geben, weil wir haben die pädagogische Expertise, wir können das. Und wenn wir dann uns entscheiden, gewisse Sachen nicht auszugliedern, beziehungsweise uns dann auch entscheiden, kein Netflix-Content zu machen, vertun wir eine Chance. Das kann auch legitim sein, also weil wir haben ja wirklich die ganze Bandweite, auch so wie du schön gesagt hast, es gibt unterschiedliche Aufträge der Einrichtung, wir haben auch neben den Volkshochschulen Einrichtungen in anderer Trägerschaft, die sind meistens als einen Verein strukturiert, das heißt, die haben auch diesen Pflichtauftrag für die Gesellschaft zu erfüllen. Natürlich ist dann die gesellschaftliche Teilhabe stärker im Fokus, aber natürlich muss man sich da vor diesem ganzen Hintergrund, von diesen ganzen Aspekten einfach die Frage stellen, wo kann die Reise für mich als Institution hingehen? Und das ist auf jeden Fall keine Frage, die irgendein anderer Mensch beantworten kann. Dieses komplexe Konstrukt muss man sich immer vorangeführen. Also vielleicht auch, um nicht einen Knopf in den Köpfen zu produzieren oder zu unterstützen, vielleicht schauen wir noch mal ganz praktisch, pragmatisch in, wie können denn flexible Formate überhaupt ausschauen? Also wie kann man sie organisieren? Machen wir es uns noch mal leichter? Wir möchten ja gegen Ende der Veranstaltung heute auch noch mal was Praktisches uns anschauen dazu, also damit wir wirklich auch alle rausgehen mit einer Hands-on-Idee. Aber vielleicht schauen wir mal gemeinsam drauf, wie kann man flexible Formate überhaupt organisieren? Und machen wir vielleicht noch mal die Palette auf, was das alles sein kann? Wir haben ja gesprochen von Selbstlernkursen mit unterschiedlichen Grad an Begleitung. Wir haben vom Dreieck gesprochen, wo die Begleitung immer dabei ist, in welcher Form auch immer. Wir haben schon angesprochen, die Möglichkeit, dass man kleine Videoteile Netflix-artig als Einstieg verwenden kann in Blended Learning-Angebote, die ja dann trotzdem in die eigene Organisation führen und dort den Austausch oder die Vertiefung und den Kompetenzaufbau stattfinden lassen kann. Es gibt Flipped-Class-Home-Designs, die eben beginnen mit Online-Teilen, mit kleinen Online-Bausteinen. Es gibt Blended-Designs, vielleicht gibt es noch viel mehr, was ich jetzt gar nicht momentan am Schirm habe, wahrscheinlich sogar. Also das ist schon eine breite Palette an Möglichkeiten. Wie kann man sie denn jetzt sozusagen, fällt euch noch was ein, was wir nicht genannt haben? Barcamps ist mir gerade ein Problem, oder? Ja, genau. Super flexibel, weil man bringt seine eigenen Inhalte mit. Flexibel geht es gar nicht inhaltlich. Genau, genau. Barcamps zum Beispiel. In Präsenz oder online. Noch flexibler das hybride Barcamp. Genau. Es gibt schon alle diese Möglichkeiten. Es sind sehr viele. Je nach Ziel und Teilnehmerinnengruppe kann alles passen. Gibt es da auch Erfahrungen, was das für die Unterrichtenden bedeutet? Also egal, ob man sich jetzt Lernbegleiterinnen nennt oder ob man sich was stellen so flexible Formate für Anforderungen an Unterrichtende an Unterrichtende? ja ich frage an alle. Teilnehmerinnenrunde, Podium, Gaby, bitte. Ja, mir fällt da gerade ein Beispiel ein. Wir hatten vor kurzem es war zwar eine Präsenzveranstaltung, aber in dem Fall spielt das keine Rolle. das war so ein Flipped-Format-Konzept, wo wir eben gesagt haben, wir laden dazu mehrere Expertinnen ein und aber die Teilnehmenden müssen selbst die Inhalte abholen. Also es wird nicht, es gibt nicht vorher, es war eine Tagung, also aufgebaut wäre eine Tagung, aber es gibt nicht den Impulsvortrag, sondern die Teilnehmenden gehen in kleine Gruppen und können dann die Expertinnen dazuholen, wenn sie Fragen haben. Und das war also ganz schwierig für beide Seiten, also für die Lernenden und für die Trainerinnen auch. Also die Aufgabe der Trainerinnen war oder die Vorgabe sich einmal zurückzuhalten und nicht gleich einmal die Fülle an Wissen, was man hat, gleich einmal zu präsentieren, sondern zu schauen, was brauchen denn die? Und ja, also das war so gesehen. Ein anderes Beispiel, danke. Ich kenne das als Living Books, ich habe selber manchmal schon ein paar Mal so veranstaltet, und war ein solches Living Book, das war auch nicht gleich. Und auch für die Teilnehmenden war das nicht einfach zu nehmen zum Teil. Also die haben dann wirklich eben, es ist auch dieses kann ich selbst lernen, kann ich meine Ziele formulieren oder nicht. Also auch dieses, ja, für manche war es überfordern und für manche war es die beste Veranstaltung ever. Ja, 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 wir kommen auch schon, kommen schon im Chat jetzt schon Kommentare rein, wie anschlussvoll das ist, für die Trainer, Trainerinnen, ja, also schon, und aber auch, wie sehr es auf Lust, auf Neues ankommt, nicht? Also so, wie sehr, wie sehr das irgendwie, ja, das ist halt dieser Kitzel, dass es einfach Spaß macht, kreativ, was Neues auszuprobieren, um Leuten was zu geben, Also so, die sich was wünschen, ich lese da gerade bei Herrn das Schilder Aufwand, ja, das ist alles natürlich viel mehr Aufwand als unsere herkömmlichen Formate, absolut richtig. Wie war es jetzt gerade Sophie oder Marika, wer war denn als erster Sophie? Egal, also, genau, ich würde auch da noch mal die, vielleicht noch mal eine unterschiedliche Perspektive reinbringen zu Trainerinnen aus der Erwachsenenbildung und Fachdozenten in vielleicht Weiterbildung, also in zertifizierten, also die zertifizierte Weiterbildung begleiten, weil das, was wir hier auch im Chat stehen haben, Offenheit, Flexibilität, ich glaube schon, dass wenn wir da von diesen Lernbegleitungen sprechen, dass es tatsächlich zu einem neuen Selbstverständnis kommen muss und das viel, viel stärker quasi in sehr standardisierten Bildungsprozessen und da sind wir sehr, also zumindest für Deutschland kann ich so sagen, sehr, sehr weit noch davon entfernt, weil das gar kein Selbstverständnis ist, zu sagen, ich gehe erst mal, also natürlich habe ich meine Inhalte grob, aber diesen Ermöglichungsrahmen zuzulassen und sich auch selbst in bestimmte Situationen erst mal offen rein zu begeben, ist nicht immer gelebte Praxis und braucht aber auch für lehrende Räume, um das zu lernen und zu erproben. Also einfach darauf zu hoffen, dass das von heute auf morgen funktioniert, ist halt auch schwierig und dafür brauchen Sie Unterstützung und Sie brauchen über die Organisation die Freiräume, die Ihnen das dann auch aber ermöglichen, das selbst zu trainieren und weiterzuentwickeln. Ja, und daran kann ich nur anschließen, man darf auch scheitern dürfen, also eine Fehlerkultur, wir hatten das, ich glaube, bei Gabi Filsmoser hatten wir das mit der Kultur, die Kultur muss sich verändern und ja, wenn man auf die Lehrenden schaut, da muss man auch auf die Programmplanenden schauen, die müssen auch dafür sensibilisiert werden, für diese Lernräume und genau, also da kann ich mich dem nur anspießen und auch dem, was im Chat steht. Das finde ich schon wichtig, da auch so ehrlich hinzuschauen, ich finde das eine lauter gute, also wesentliche Aspekte, die da eingebracht werden. Ich denke mir jetzt im Moment gerade selber, jetzt ist ja Erwachsenenbildung ohnehin so ein semi-professioneller Bereich, der jetzt nicht aufgewertet ist von außen. Jetzt wenn ich Trainer, Trainerin bin, jetzt habe ich, also wo du habe ich denn so ein Stück Identifikation und Auftritt nach außen oft ganz stark durch die Inhalte, die ich mitbringe. Wenn ich mich da jetzt bewusst zurücknehme und sage, naja, meine Kernkompetenz ist eigentlich die Moderation von Lernprozessen, dann trete ich von dem noch ein Stück zurück, was vielleicht nach außen das ist, was mir zugeschrieben wird als Kompetenz oder wo ich vielleicht eine berufliche Identität rausgesogen habe. Das ist schon eine harte Herausforderung zu sagen, okay, Lernbegleitung. Also das ist schon in vieler Hinsicht schwieriger, organisational. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, Wissen hat eine andere Halbwertszeit mittlerweile und ich finde schon, dass das auch gesellschaftlich, also sich ändert, quasi das, also auch der Anspruch, ich muss nicht mehr, also alles immer wissen und selbst up to date sein. Das geht in der Schule los, das wäre total wünschenswert, dass wir quasi wegkommen davon, dass quasi die Lehrperson muss alles besser wissen als alle SchülerInnen und das zieht sich halt durch bis in das Erwachsenenlernen, dieses lebenslange Lernen und warum soll das nicht auch für lehrende Trainerinnen, also alle in Bildungsprozessen Involvierte gleichermaßen gelten und das hat dann was damit zu tun, wenn es schon auch, dass die Messgröße dann nicht mehr das Wissen ist, das Faktenwissen, wie auch immer, weil ja, das ändert sich sehr schnell und ich kann jetzt gar nicht mehr alles überblicken, aber und das ist dann die viel höhere Kompetenz, ich weiß methodisch, didaktisch, das was wir vorhin hatten, diese Beratungsleistung, das bekommt einfach einen anderen Stellenwert. Ich werde mehr zum Berater, zur Beraterin, auch auf Management Ebene, auch auf Bildungsmanagement Ebene, nicht nur Trainer Ebene, genau und vielleicht auch zum Lernprozess Moderator, wenn ich in der Gruppe bin, Moderatorin, genau und was vorher auch noch angesprochen worden ist, das hat mir sehr gefallen, glaube ich nur kurz, dass die Bildungsmanagerinnen da auch ein Stück Mitverantwortung haben für die Trainerinnen, das habe ich so herausgehört, bei dem, was ihr gesagt habt. Was wolltest du da noch sagen? Ja, ich glaube, dass sie gar nicht weniger Wissen brauchen, ganz im Gegenteil, weil um wirklich individuell beraten zu können, brauche ich auch das Fachwissen, also speziell bei Trainer, Trainerinnen, weil sonst kann ich diese Impulse ja gar nicht geben und bei den Bildungsmanagerinnen ist ähnlich, also die werden dann auch in ihren Fachbereichen, also die haben meistens auch ein relativ gutes Fachwissen, aber die brauchen dann zusätzlich vielleicht nur das pädagogische Wissen oder das beraterische Wissen, also das heißt, für mich sind eigentlich beide Bereiche, beide Profile, beide Berufsprozile, werden eigentlich aufgewertet aus meiner Sicht. Und gleichzeitig haben sie überschneidende Arbeitsfelder oder ausgehandelt, also wer ist jetzt wofür zuständig? Also das ist schon, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil da entstehen neue Aufgaben und die sind einfach Ja, das ist gerade interessant, das wollte ich gerade ein, genau, also diese Abgrenzung dann zwischen Bildungsmanager, Managerin und zwischen Trainer, Trainerin, die wird dann noch viel interessanter, weil jetzt sagt man doch, ja, ihr seid für das Management zuständig und die anderen für die Inhalte und das verschmitzt jetzt viel mehr. Das verschmitzt, wie andere Dinge auch ausgehandelt werden müssen. Würde da eh interessieren, vielleicht bringen wir da eine schnelle Umfrage noch zusammen, bevor wir uns dann schon langsam Richtung Praxis und Abschluss noch einmal bewegen, wie das denn in der Runde ist bei allen, die da sind. Jetzt, wenn ich zum Beispiel hernehme, die Online-Lernumgebung eines Kurses, ja, viele Kurse haben irgendeine oder brauchen irgendeine Online-Lernumgebung. Wie ist denn das? Wer ist denn dafür zuständig für diese Online-Lernumgebung eines Kurses in ihrer Erfahrungswelt hier? Gunter, kannst du uns da mal eine Umfrage dazu teilen, bitte? Also, Frage an alle, in ihrer Erfahrungswelt, wer ist denn da eigentlich zuständig für die Online-Lernumgebung eines Kurses? Ist das der Bildungsanbieter, ist das der Trainer oder Trainerin oder der EDV-Support in der Einrichtung oder wer anderer? Das sind schon so die typischen Fragen, oder? warum die es jetzt geht, wer kümmert sie da? Wer ist da zuständig dafür? Und ich sehe, dass 70% teilgenommen haben. Einige haben sich aus verschiedenen Gründen auch melden müssen. Ich finde das total nett, dass sie das auch im Chat getan haben. Ja, gut. Ich glaube, wenn wir so an die 90% haben, ich sehe da schon einen Vorschlag für andere auch im Chat, nämlich Auftraggeberinnen, Unternehmen und so weiter. Genau, okay, okay. Und ich glaube, wir können die Ergebnisse freigeben. Dankeschön. Und das ist so aufgeteilt in der Praxis, schon ein bisschen öfter die Bildungsanbieter, aber fast genauso oft Trainer oder Trainerin. Und das ist, glaube ich, die Praxis. Was wir da sehen, ist die Praxis, oder? Und das ist für Trainer oder Trainerin eine hohe Verantwortung, denke ich. Vielleicht einfach auch mit Kosten verbunden Infrastruktur. Danke. Gabi, die Screenshot. Ich habe das Ergebnis jetzt fotografieren müssen, weil das finde ich wirklich interessant. Und ich glaube, es bricht wirklich die Realität und die uns da jetzt spannend ist. Genau. Aber das sind die Fragen, die ausgehandelt werden müssen. Meine persönliche, wo hättet jetzt denn ihr das Kreuzel gemacht, wenn es jetzt um Visionen oder Wünsche geht, ihr drei, wer sollte zuständig sein? Was ist so euer Eindruck? Oder wo seht ihr die Zuständigkeiten? Oder ist das auch sowas, wo man sagt, es gibt kein One-Size-Fits-All, es gibt da keine Antwort? Naja, also ich finde schon, dass für die Infrastrukturumgebung per se ist der Bildungsanbieter zuständig. Die Frage ist, wer es tatsächlich aber aufsetzt und wer sozusagen die Ressourcen zur Verfügung stellt. Und ich glaube erst mal schon, dass die Organisation dafür zuständig ist. Und dann muss man sich aber anschauen, okay, wer macht denn die Umsetzung? Da ist tatsächlich wirklich, glaube ich, oft das Problem, dass Trainerinnen das machen auch müssen und dass das vor allen Dingen aber nicht Teil des Vertrages ist. Also das eine ist ja okay, das macht total Sinn, dass Leute, die pädagogisch, methodisch, didaktisches Know-how haben, Lernumgebungen gestalten, aber sozusagen ist es nicht Teil der Bezahlleistung. Weil das ist häufig in digitalen Kursen so, dass alles das Drumherum und das, was es so aufwendig macht, gar nicht Teil der Honorare ist. Und das sehe ich dann da dran als Problem, aber so grundsätzlich würde ich sagen, erst mal ist natürlich die Organisation aus meiner Perspektive ... Genau, genau. Marika, ich habe da keine einfache Antwort auf diese schwierige Frage. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, wie auch schon Sophie gesagt hat, die Infrastruktur, die pädagogische Betreuung, Konzept, didaktisches Design und das Layout-Design und das sind, alleine diese fünf Punkte treffen unterschiedliche Zuständigkeiten und ich glaube dann tatsächlich, das führt dann dazu, dass man am Ende ein multiprofessionelles Team hat, das sich darum kümmert, weil wenn man das jetzt, wenn ich das Beispiel durchdenke, einfach von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich vergibt und es ist immer ein anderer Dozent, eine andere Dozentin, die die Gestaltung der Lernumgebung macht, man möchte ja auch ein Cooperate Design nach außen tragen und das läuft nicht nur über das Logo, hier, sondern auch über die Art und Weise der Darstellung, das Konzept und das ist ja verwoben mit den Lernzielen, also man macht sich da ja in der Konzeptarbeit sehr viele Gedanken dazu, auch wie das dann in der Lernumgebung am besten dargeboten wird, also ich glaube tatsächlich, so wie die Umschlagung das auch gezeigt hat, es läuft auf sehr, sehr viele Diskussionen aus. Ja, 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 also es läuft raus auf die Kooperation in einem multiprofessionellen Team, das ist gerade eben im EB-MOOC in einer ähnlichen Form einerseits angesprochen worden, andererseits aber mit der Praxis verglichen und dann kritisiert worden, ja, als ein Ideal, das nicht nahe an der Praxis ist, also wo man sagt, das wäre schön, das wäre fein, ja, wunderbar, aber die Praxis schaut so aus, dass dort irgendwie ein, zwei Personen sind, die zurechtkommen müssen, im Idealfall spricht die Trainerin mit der Bildungsmanagerin und sagt, kann ich auf dem Moodle denn einen Raum einrichten, um gleich mal so nebenbei die Frage zu beantworten, welche Lernumgebung in der Erwachsenenbildung stark vertreten ist, ja, das ist wahrscheinlich die Praxis, aber das Ideal wäre komplexer, oder, dass man da halt einfach so wie Jens Fabry auch im Chat schreibt, diese Flexibilisierung durch Tools unterstützt, das läuft meistens nicht unbedingt auf Bildungsmanagerinnen Ebenen, sondern in der Praxis ganz stark auf Trainerinnen Ebenen, wer besorgt sich da neue und gute flexible Tools, vielleicht Datenschutzaspekte oder so, genau, genau, aber die Kooperation wäre es, also so diese Kooperation von allen, die daran beteiligt sind, die sich zusammensetzen und drüber reden, wie sollte die Umgebung und überhaupt die Gestaltung ausschauen. Genau, genau, ja, ich muss ein bisschen so den Blick auf die Uhr richten und sehe ja auch einfach, dass einige Zeit knapp sind, vielleicht haben wir noch irgendwelche Fragen aus dem Chat offen, die wirklich wesentlich wären zu beantworten, damit wir gut rausgehen können, ich würde jetzt so nichts sehen, ich glaube, von dir kamen, gab es irgendwas, was noch eine echte Wie-Frage war, genau, wie bringt man das informelle Lernen da noch, wie kann man das noch sichern in flexiblen Formaten, gut, ich meine, das ist ja, ja, die Frage ist dann für mich immer, wessen Aufgabe ist das informelle Lernen zu sichern, aber natürlich Räume für das informelle Lernen sind immer kostbar und wichtig und gut, also Räume dafür zur Verfügung stellen kann man schon, genau, und das ist eine interessante Frage, wäre zur Verfügung stellen von Lernumgebungen seitens des Ministeriums sinnvoll, die Schulen haben zum Beispiel was, die haben zum Beispiel drei, vier Lernumgebungen, die sie einfach zentral nutzen können, das ist halt im formalen Bereich auch ganz anders zu organisieren, die Frage ist auch, würden die uns das wünschen, würden die es nutzen, was würden die Erwachsenenbildungseinrichtungen dazu sagen, ist das was, was alle begrüßen würden, schon wieder so eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist und nicht so schnell, ich sehe euch förmlich nachdenken, Gaby, ich weiß nicht, ob du was sagen möchtest dazu, aber ich habe dich nachdenken gesehen, ja. Ja, aber ich habe keine Antwort dazu. Das ist einfach ein sehr individuelles, es kommt dann auf die Lernumgebungen drauf an und nicht alle Lernumgebungen passen für jede Einrichtung und es ist natürlich dann schwierig, also vorgeben lassen würde ich es mir nicht wollen vom Ministerium, ja. Also als möglich, wenn dann als Möglichkeit und nicht als Vorgabe, wenn ich dich jetzt verspricht. genau, ja. Ja, ja, genau. Ja, wobei es kann schon natürlich Vorteile haben, also die Frage ist ja, was wird genau vorgegeben? Also aus meiner Beobachtung heraus ist es so, dass, also die Volkshochschulen in Deutschland haben ja eine gemeinsame Plattform, wo sozusagen die individuell also auch angepasst werden können. Das gilt für die Volkshochschulen, das gilt nicht insgesamt für die gesamten Bereich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung und tatsächlich ist es aber so, dass viele Anbieter sich das immer individuell neu erschließen. Ja. Welchen Anbieter, was muss ich beachten? Okay, dann, also aktuell sind ja viele auf Moodle, Ilias, wie auch immer und ich glaube, da könnte man schon viel auch an Erfahrungen bündeln, wenn man sagt, es gibt zumindestens, also ich würde das nicht für alle machen, aber zum Beispiel in Thüringen gibt es ein gutes Beispiel, wo quasi geförderte Einrichtungen, die also bestimmten Qualitätsstandards genügen, die nach bestimmten Prinzipien arbeiten, sich zusammengetammeln, wo man sagen könnte, okay, als Landmann unterstützt das und jeder Träger muss jetzt anfangen, selbst irgendwas aufzubauen, weil das wirklich sehr ressourcenintensiv ist. Also ich glaube, es gibt schon sozusagen Bildungsbereiche, wo es Sinn machen kann, einfach auch aus, also Ressourcengründen, aber auch aus Qualitätsgründen zu sagen, wir stellen euch etwas zur Verfügung, was ihr nutzen könnt. Gleichzeitig muss man sich dann aber verpflichten, nach bestimmten Prinzipien, Qualitätskriterien, wie auch immer, zu erarbeiten, was eigentlich ja im Sinne von gutem Lernen zu begrüßen wäre. Absolut. Ja, 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 da haben wir das, ja, wir haben ein Vorbild auch, ja, genau, genau, danke dafür. Jetzt haben wir ja versprochen, dass wir am Schluss noch etwas Praktisches bringen und gleichzeitig mahnt mich die Uhr zur Schlussrunde. Genau, also meine Frage wäre jetzt angenommen, wir haben die Situation, dass ein neues Format nötig ist, weil wir das festgestellt haben, aufgrund verschiedener Beobachtungen im eigenen Arbeitsbereich, im Unternehmen oder bei einem konkreten Format, wie kann man dann vorgehen? Habt ihr Tipps dazu oder wollt ihr noch was anderes mitgeben zum Abschluss des heutigen Tages und ich würde mit dir Marika starten. Danke, ich feile einmal kurz meinen Bildschirm. Sie müssten und ihr müsstet jetzt eine Taskcard sehen, wenn alles richtig gelaufen ist, genau. Also schließen möchte ich gerne mit einem Statement, das sich dafür stark macht, dass es ein gleichberechtigtes Nebeneinander von unterschiedlichen Formaten geben kann. Ich glaube, das hat auch die Diskussion gezeigt, das ist glaube ich auch die Essenz und natürlich, dass der Komplexität der Realität Rechnung getragen werden muss. Aber schließen möchte ich mit etwas ganz Praktischem. Einige von Ihnen, die den EBMUV vor zwei Jahren mitgemacht haben, kennen vielleicht die Methode. Das ist eine Methode, die ich wirklich ganz, ganz kurz gezielt und mit Blick auf die Uhr. Sie bekommen ja die die Links und auch Arbeitsblätter dazu später im Nachgang. Die Methode heißt Rapid Prototyping. Ich selbst habe diese Methode aus der Digitalkonferenz NRW im Jahr 2019 kennenlernen dürfen und habe sie dann für unsere Workshops übernommen. Die Story ist folgende. Man hat so eine Art Gruppenarbeitsphase, ein kleines Rollenspiel. Wir exzipieren an einem tatsächlichen Bildungsangebot den Fall, dass es kaputt ist. Und in diesem Fall, das was Sie sehen, da ist der Werkstattauftrag, die Lernplattform, der Kurs Lernplattform ist kaputt. Und wir kontaktieren dann die Expertinnen der Formatwerkstatt mit der Bitte, dieses Bildungsangebot zu reparieren. Und diese Praxisaufgabe funktioniert super auch in einer kurzen Zeit, wenn man als eine Gruppenarbeitsaufgabe diese Methode anwendet. Und es ist wirklich sehr beachtlich, welche Ergebnisse man am Ende bekommt. Einschränken muss dazu gedacht werden. Natürlich wird hier die Perspektive des Produkts eingenommen, natürlich, aber sie ist ja nicht immer schlimm. Ab und zu muss man auch die Perspektive des Produkts annehmen. Ich würde Sie aber auch gerne dazu anregen, diese Methode abzuwandeln und für Ihre Bedarfe und Bedürfnisse zu modifizieren. Und vielleicht noch abschließend, was wird unter defekten Kursen verstanden? Das sind Kurse, die durchaus technisch funktionieren, aber nicht durchgeführt wurden, weil die Durchführung schwierig war, aber nicht gelungen ist. Also auf der pädagogischen Seite oder Kurse, die zwar angeboten, aber nicht besucht wurden. Oder aber auch die Methode eignet sich ganz gut um Kursideen, die noch nicht zu Ende gedacht wurden und sehr, sehr lange in der Schublade liegen, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und als Expertengruppe kann man sich dann natürlich Kolleginnen und Kollegen zur Seite ziehen oder aber auch andere Kontexte in der Gremienarbeit nutzen, um mal die Perspektive der Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der eigenen Einrichtung sind, mal darauf schauen zu lassen. So, und damit endlich. Vielen Dank. Super, danke. Und ich kann zum Rapid Prototype nur sagen, man muss es erlebt haben oder einfach ausprobieren. Es ist wirklich toll. Vielen lieben Dank, Marika. Ich glaube, Sophie, du schaust so. Ich lese hier parallel, ob irgendwas Neues im Chat ist, aber ich habe eine Frage zu diesem Format für, vielleicht hast du es gesagt und ich war gerade im Chat beschäftigt, was habt ihr da für einen Umfang? Also, wie viel Zeit plant ihr dafür ein? Ich schaue einmal kurz, wie wir das in der letzten Zeit durchgeführt haben. Es gab eine Einzelarbeitsphase von 15 Minuten. Es gab dann die Gruppenarbeitsphase, die eine Stunde ging und einmal die Ergebnissicherung, die auch nochmal 15 Minuten ging. Also das sind jetzt Erfahrungswerte, aber auch der Blick zu Birgit, man kann es auch skalieren und viel kürzer gestalten, also nach unten skalieren, das funktioniert auch. Super, ja, also ich finde es total gut, weil das natürlich ein Format ist, wo man sagt, okay, probiert einfach aus, na, welche Inhalte bieten sich vielleicht auch an, so war das ja jetzt auch, um flexible Formate auch mal für die eigene Einrichtung zu überprüfen. Ich habe eigentlich jetzt nichts, was ich finde, also ja, wir hätten noch ganz, ganz viel besprechen können, aber so mit Blick auf die Zeit habe ich so das Gefühl, ja, wir haben das Wichtigste gesagt. Ich finde halt wichtig, tatsächlich diese Freiräume zu ermöglichen, auch für die Lehrenden, also quasi diese aktiv, also als Bildungsorganisation, als Bildungsmanagerin, Programmverantwortliche, aber auch die brauchen Freiräume und müssen sich ausprobieren können und das einfach als Bildungsorganisation, als Auftrag auch zu verstehen, dass diese Freiräume, Ausprobierphasen dann über verschiedene Formate ermöglicht werden und zur Verfügung gestellt werden und es nicht dem individuellen Engagement überlassen bleibt, ob wir dann gute Bildungsformate haben oder nicht. Freiräume sichern. Ich nehme die Stichworte Ausprobieren aus, also ich möchte einfach Mut machen zum Abschluss, Mut machen zum Ausprobieren, Mut machen zum Experimentieren und dabei einfach im Blick haben, also auch die großen IP-Muchs haben keine hundertprozentige Abschlussrate und es muss nicht alles hundertprozentig funktionieren, zumindest nicht, zumindest nicht in dieser Phase, wo wir jetzt sind und da möchte ich wirklich einfach Mut machen und mit einer hohen Fehlertoleranz da einfach drauf zugehen und tun, einfach einmal tun und schauen, was passiert. Ich habe noch eine Frage, eine ganze kurze. Wie lang bleiben denn diese Lernunterlagen verfügbar in dieser Plattform, wo wir lernen? In der Lernunterlage? Ja, genau. Also da zugreifen, ganz sicher bis Ende des Jahres, 99 Prozent bis März und mit hoher Wahrscheinlichkeit das ganze nächste Jahr, aber wenn man sich ganz sicher sein möchte, muss man sich heuer noch runterziehen. Also, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber hinaus, aber dafür haben wir noch keine schriftliche Zusage. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, Tini, magst du wieder übernehmen? Ich ziehe mich dann wieder zurück. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke, Birgit. Vielen Dank für diesen interessanten Austausch und die angeregte Diskussion auch. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken bei Gabi Filzwoser, Sophie Keindorf und Marika Rauber für die heutige Diskussion und natürlich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich jetzt so aktiv beteiligt haben. Und am Ende dieses Digitalks möchte ich noch auf ein paar organisatorische Dinge eingehen. Und genau, dazu teile ich noch mal kurz meinen Bildschirm. Genau, also, wie am Anfang schon angesprochen, für diejenigen, die sich in EW nur zu diesem Webinar angemeldet haben, sie erhalten morgen einen Link zum Buchcenter und können sich damit dann die Teilnahmebestätigung herunterladen. Die Aufzeichnung zu diesem Digitalk finden Sie wieder in wenigen Tagen im EWMU 2023 in Lektion 4. Und genau, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie das Online-Feedback ausfüllen, den Link dazu übermitteln wir im Chat. Genau, so sehen wir dann in diesem Ihnen gefallen hat. Und als Vorausblick auf unser nächstes Webinar, genau, kommende Woche, am 18. Oktober, geht es im Webinar zum Thema Zukunftstrends und Weiterlernen um KI in der Erwachsenenbildung und wir haben dazu drei Gäste gewinnen können, die aktiv KI nutzen, um Bildungsangebote zu produzieren. Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Den Link dazu finden Sie auch im Chat. Und damit darf ich mich im Namen des gesamten Teams bedanken für Ihre Teilnahme und wir wünschen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020